Erstmal wollte ich eine Bibelstelle rezitieren, und zwar Jakobus, Kapitel 5, 13 bis 15. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten, und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Ja, so eine Situation hatte ich auch. Im Oktober letzten Jahres habe ich mein viertes Kind bekommen. Und er war von Geburt an etwas unruhig. Und dann kam ich so in das Murr hinein. Anfang Februar hat mein Sohn ein Virus bekommen. Und es hat sich so geäußert, dass er gehustet hat. Für Erwachsene eine gewöhnliche Erkältung. Aber für Neugeborene ist das lebensgefährlich. Wir lagen dann sechs Tage im Krankenhaus. Und in dieser Zeit hat Gott mich gelehrt, dankbar zu sein. Dann ist die Zeit vergangen. Und die Nächte waren nicht besser. Ich kam wieder in ein Murr. Und Anfang März fing es extrem an. Dominik hat Tag und Nacht geschrien, kann man sagen. Wir wussten nicht, was mein Kind hat. Wir waren mehrmals beim Arzt. Weil er hat keine anderen Beschwerden gehabt. Aber у него nie было никаких других болезней. Dann hat die Ärztin vermutet, dass er Reflux hat. Und das bedeutet, nach der Nahrungseinnahme steigt Magensäure hoch und das brennt extrem. Das bedeutet, dass wenn er Püße nimmt, dann wird die Püße aufgerissen und es beginnt zu fangen. Die Ärztin hat gesagt, man kann eigentlich nichts machen. Außer künstliche Nahrung. Also nicht mehr stillen, sondern ihn zufüttern mit künstlicher Nahrung. Aber das wollte ich nicht. Ja, wir haben jeden Abend gebetet. Und die Nächte sind nicht besser geworden. Er hat geschrien, ich konnte ihm nicht helfen. Dann eines Freitags hat er noch angefangen zu husten. Und so stark gehustet, dass er Schwerluft bekam. Ich war an dem Tag sehr aufgelöst. Ich habe das Gebet so zur Seite geschoben. Und ja, wir haben uns sehr gesorgt. Ich habe natürlich Angst gehabt, dass er wieder diesen Virus hat. Und abends habe ich entschieden, zur Notaufnahme zu fahren. Ich war, wie gesagt, sehr aufgeregt. Die ganzen Strapazen der letzten Wochen. Und ich habe das in einer Gebetsgruppe geschrieben, dass ich jetzt ins Krankenhaus fahre. Und die Geschwister haben alle gebetet. Und die Brathe und Söster haben alle gebetet. Wir kamen sehr schnell dran. Wir kamen sehr schnell dran. Was für mich auch schon ein Wunder war. Dass das jetzt schon ein Wunder war. Und die Ärztin hat mich beruhigt. Er hat nicht den Virus. Und der Herrscher hat mich beruhigt. Er hat das Virus nicht. Er hat grob Husten. Das ist so ein trockener Husten. Und es kann auch sein, dass sie nachts die Atmung verlieren. Dann hat sie mich heimgeschickt. Und auf dem Heimweg schon hatte ich eine innere Ruhe. Ich habe Freude empfunden, Frieden. Er hat trotzdem geschrien. Aber ich habe unter Freudentränen Gott gedankt. Die Nacht kam. Sie war sehr friedlich. Er hat nur zwei bis drei Mal gehustet. Was auch ungewöhnlich ist. Dann kam das Wochenende. Die Nächte wurden wieder schlimmer. Und wieder kamen Zweifel. Und es war ein Auf und Ab. Das war ein Auf und Ab. Und am Sonntagmorgen saß ich noch im Kinderzimmer und habe überlegt, soll ich mit Salbung beten lassen? Eine Stimme sagt, ach, zwei Wochen schon schlaflose Nächte, ob das noch was bringt. Und ein Głos sagt, уже две недели, bessonliche Nacht, поможет ли das вообще? Die andere Stimme hat gesagt, tu es. Ich bin dann vor. Unser Pastor hat gebetet. Unser Pastor помalился. Mit dem Salböl. Mit dem Salböl. Und trotzdem muss ich sagen, ja, nach so einer schweren Zeit waren doch Zweifel. Und ja, nach dem Gottesdienst hat Gott das so geführt, dass der Pastor und ich gleichzeitig aus dem Saal gegangen sind. Und er hat mich noch mal gefragt, was der Kleine genau hat. Und ich habe es ihm erklärt. Und er hat seine Hand auf seinen Bauch gelegt und hat so gebetet. Und er hat mir noch gesagt, Schwester Tanja, glaube. Sestra Tanja, wерь. Ja, ich habe gesagt, ja. Und ich habe gesagt, ja. Den Sonntag habe ich auch geglaubt. Und dann kam die Nacht. Und dann kam die Nacht. Die war schlimm. Jetzt war es dran. Bleibe ich dran, glaube ich. Oder verfalle ich wieder in das Zweifeln. Und jetzt bin ich vor dem Ressentum, komme ich zurück in die Sorgen oder werde ich weiter glauben. Montagmorgen bin ich schon mit solchen Gedanken aufgewacht. Das bringt alles nichts. Und am Wochenende ich habe dann noch mit einer Schwester telefoniert und gesagt, Tanja, zweifle nicht und bleib dran. Glaube. Montagabend hat er zwei Stunden am Stück geschrien. Und am Wochenende hat er zwei Stunden ohne Verstand gekriegt. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich habe schon selber mitgeweint. Mein Sohn, mein ältester Sohn, der hat auch schon so geweint. Er hat gesagt, Mama, wir müssen für ihn beten. Und er hat gesagt, Mama, wir müssen für ihn beten. Ich hatte innerlichen Kampf. Ich weiß gar nicht, soll ich noch beten. Aber natürlich habe ich das meinem Sohn nicht gesagt. Dann habe ich ihn irgendwie schlafen gelegt. Und dann hat mich eine Schwester aus der Gemeinde angeschrieben und hat gefragt, wie es ihm geht. Ich habe ihr das alles geschildert. Und ihr Mann hat dann entschieden, das in alle Gebetsgruppen, in denen er ist, reinzuschreiben. Das war unter anderem die Rehabilitationsgruppe auch. Und die haben alle gebetet. Und die Nacht von Montag auf Dienstag war so friedlich. Ich habe es so empfunden, als wäre eine Decke des Friedens über uns. Ich muss dazu sagen, ich habe abends noch, nachdem ich mit meiner Freundin geschrieben habe, ich habe vor Freude Tränen gehabt. Ich bin ins Gebet gegangen und habe so gedankt. Für alle Geschwister, für die Rehabilitanten, für unseren Pastor, für alle Brüder. Und ja, seitdem haben wir keine Probleme mehr. Also diesbezüglich. Und ja, ich bin dann zur Ärztin nochmal, das war wegen was anderem. Und dann habe ich ihr auch gezeugt. von dem Wunder, was Gott getan hat an unserem Sohn. Und man hat mir noch von verschiedenen Seiten gesagt, aber du musst noch zum Arzt gehen. Also wir hatten eine Überweisung zu einem Spezialisten. Ich habe gesagt, nein, in Jesu Namen, Gott hat ihn geheilt. Ja, Gott sei Dank dafür. Mein Sohn will noch ein Lied singen und da heißt es auch, wer macht aus Wasser Wein und wer kümmert sich um Groß und Klein. Ja, vor Gott, es gibt keine Unterschiede, er kümmert sich um alle. Ja, vor Gott, es gibt keine Unterschiede, er kümmert sich um alle.